Die Handballfrauen des SV Schneeberg sind Sachsenmeister. Der Titelgewinn konnte schon am vorletzten Spieltag nach dem souveränen 40 zu 20 Heimspiel gegen den HV Chemnitz 2 gefeiert werden. Im Spiel konnten die Schneebergerinnen unterstützt von einer begeisterten Anhängerschaft sowohl in der Defensive wie auch in der Offensive überzeugen. Nach dem Auswärtssieg gegen die HSG Rückmarsdorf in der vergangenen Woche gab es zu keinem Zeitpunkt der Partie gegen die Chemnitzerinnen einen Zweifel, dass die Gastgeber das Spiel für sich entscheiden. Am Ende wurde die Sachsenmeisterschaft noch in der Halle stimmungsvoll gefeiert. Die Trainer bescheinigten ihrem Team über die ganze Saison enormen Kampf und Teamgeist. Für Annette Kessler vom SV Schneeberg wurde das letzte Handballspiel zu einem ganz besonderen Moment. Die Torfrau wurde von ihren Mitspielerinnen, dem Trainerteam und den Fans in den Handballruhestand verabschiedet.